Hey, ich bin Fabian und ich surf ab und zu im Internet und dieses Expertenwissen teile ich natürlich gerne mit euch hier bei IMHO. Das Comeback der letzten Tage war sicherlich das von Rihanna, dem Instagram-Star, der zwischen den Safies auch ab und zu mal Musik macht. Die hat jetzt ihren Account zurück und postet wieder ihr Leben, als ginge es um ihr Leben. Achtung, Promi-Welt, hier ist eine Liste der Stars, die bitte als nächstes eine Social-Media-Kreativpause einlegen. Noch spannender als das ist wohl nur noch dieser Kinoreife-Krimi, der sich momentan in Deutschland abspielt. Richtig, in Deutschland werden zwei Schwerverbrecher gesucht. Die beiden, mutmaßlichen muss man ja sagen, Betreiber von KinoX.to, dem halblegalen Index für illikale Film-Uploads, sind auf der Flucht und laut Polizei auch bewaffnet und gewaltbereit. Ganz zu schweigen von ihrer Bereitschaft über rote Ampeln zu gehen oder schwarz zu fahren und den Atomwaffen in ihrem Besitz. Ganz böse Burschen sind das, diese Urheberrechtsverletzer. Breaking Bad in der Nachbarschaft. Wer Breaking Bad noch nicht kennt, kann sich das ja einfach mal auf Movie4K angucken. Jetzt sind die beiden 21- und 25-jährigen Brüder also auf der Flucht, aber natürlich nicht per Auto oder Segway, sondern standesgemäß mit Piratenschiff. Klar, Copyright-Verstöße sind kein Kavaliersdelikt und wenn sie außerhalb von YouTube geschehen, muss man auch mit mehr als einem Strike rechnen. Aber Fahndung, Flucht, gewaltbereite Steuerhinterzieher, das haben die beiden natürlich auch gemacht, muss man gar nicht mehr dazu sagen, das ist doch arg dramatisch. Dramatisch können die beiden Schwerverbrecher natürlich auch selbst. Seit kurzem heißt es auf KinoX, wird Österreich das nächste Nordkorea? Die Experten warten schon auf den ersten Hitler-Vergleich. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Ganze verfilmt wird und ob dieser Film dann auch als Stream verfügbar ist. Aber mal ehrlich, zwei Brüder, die, sofern die Polizei recht hat, sowohl digital als auch analog einige Verbrechen begangen, dabei aber niemanden verletzt haben, derart zu gewaltbereiten, gefährlichen Schwerverbrechern hochzustilisieren, das ist doch arg dramatisch. Und doof, denn die Seite ist noch online und kriegt so super Werbung. Ich denke, die ersten Namensvorschläge für den Nachfolger vom Nachfolger von Kino.to werden auch bald gesucht. Absolut legal ist übrigens das Internetarchiv. Die bieten seit kurzem auch über 900 Arcade Games zum kostenfreien Spielen an. Das ist leider nicht mehr so richtig meine Zeit. Ich muss wohl warten, bis die auch GTA 5 haben oder Brettspiele.